Sollte man Schwarz-Weiß-Fotos direkt in der Kamera aufnehmen oder diesen Look erst in der Nachbearbeitung einstellen? Das ist eine Frage, die ich erstaunlich häufig bekomme, egal ob ich einfach nur so Schwarz-Weiß-Fotos zeige oder teilweise auch unter meinem Video zu meiner 30-Tage-Schwarz-Weiß-Fotografie-Challenge, die ich hier eingestellt habe. Ich will dir zum einen zeigen, was ich mache, auf der anderen Seite aber auch erklären, warum die Frage relativ irrelevant ist. Und dazu ist es notwendig, dass wir uns kurz überlegen, wie eine Kamera überhaupt ein Schwarz-Weiß-Foto aufnimmt. Viele Digitalkameras haben ja schon die Möglichkeit, dass du im Farbprofil irgendwo so einen Schwarz-Weiß-Look voreinstellst. Die Wahrheit ist aber, dass 99% dieser Kameras trotzdem ein Farbfoto aufnehmen. Und das ist bei meinen Sony-Kameras nicht anders. Ich kann da zwar einen Schwarz-Weiß-Look einstellen, solange ich aber ein Raw-Foto aufnehme und das Bild in Lightroom importiere, zeigt mir das Lightroom am Ende wieder als Farbfoto an. Und das ist jetzt nicht irgendwie Betrug der Kamerahersteller, sondern es ist einfach fundamental damit verbunden, wie unsere Kamera und vor allen Dingen der Sensor darin funktioniert. Weil 99% aller unserer Kamerasensor in der Digitalkamera haben halt Farbpixel, die sie aufnehmen. Also ihr sagt vielleicht dieses AGB was, also Rot, Grün, Blau. Und unsere digitalen Fotos entstehen halt dadurch, dass jedem Pixel ein gewisser Wert in diesem Bereich zugeordnet wird. Also jeder Pixel hat einen roten, einen blauen und einen grünen Wert. Und wie gesagt, 99% aller Kamerasensoren funktionieren halt darin, dass sie halt diese Rot-, Grün- und Blau-Werte aufnehmen und nicht indem sie halt irgendwelche Schwarz-Weiß-Werte messen können. Und von daher ist es relativ irrelevant, ob du jetzt Schwarz-Weiß in der Kamera fotografierst oder das Ganze halt erst von Nachbearbeiter umwandelst, weil die zugrunde liegenden Daten aus deinem Kamerasensor in fast allen Fällen immer gleich sind. Wenn du das Ganze in der Kamera als JPEG und nicht als RAW-Datei speicherst, ja, dann fehlen dir die Bilddaten und dann ist ein Schwarz-Weiß-Foto, das du als JPEG irgendwo rein importierst, auch wirklich Schwarz-Weiß. Aber halt auch nur, weil aufgrund von der JPEG-Datei einfach ganz viele Bilddaten fehlen und nicht, weil deine Kamera auf einmal irgendwie anders funktioniert hat. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen an Kameras, zum Beispiel die Leica M Monochrom. Die hat keine Farbpixel, die sie aufnimmt, sondern die hat halt einen Schwarz-Weiß-Sensor, der wirklich Helligkeitswerte berechnet. Und das heißt, dass du bei einer Monochrom-Leica halt selbst in RAW tatsächlich Schwarz-Weiß-Fotos erhältst. Aber das Problem ist halt, dass auf der Kamera Leica draufsteht und sie deshalb einfach extrem teuer ist und einen sehr engen Einsatzbereich hat, weil sie halt nur Schwarz-Weiß fotografieren kann und von daher für die meisten Fotografen halt unerschwinglich und nicht wirklich nützlich ist. Wenn du jetzt aber nicht gerade so einen hochspezialisierten Schwarz-Weiß-Sensor verwendest, dann ist es egal, mit welcher Kamera du fotografierst, egal ob das jetzt Sony, Canon, Nikon, Fuji, was auch immer ist. In den allermeisten Fällen nimmst du sowieso Farbdaten auf, die halt nur an irgendeinem Punkt in Schwarz-Weiß konvertiert werden. Jetzt ist es so, dass wenn ich Schwarz-Weiß fotografiere, meine Kamera trotzdem extra in diesen Schwarz-Weiß-Modus einstelle. Mit dem ganzen Kontext, den ich dir gerade erklärt habe, solltet ihr bewusst sein, dass das am Ende für das Foto, das ich aufnehme, nicht wirklich einen großen Unterschied macht. Aber für mich selber hat das trotzdem einen entscheidenden Vorteil. Und zwar sehe ich halt in meinem Kameradisplay schon im Vorfeld, wie mein Schwarz-Weiß-Foto am Ende aussehen wird. Die modernen, spiegellosen Systemkameras, wie zum Beispiel meine Sony A7C2, die könnt ihr halt alle diese Farbprofile schon direkt in der Kamera anzeigen. Das heißt, bevor ich den Auslöser drücke, sehe ich schon quasi, wie mein Foto aussehen wird. Was halt extrem hilft, die Szene zu visualisieren, weil du halt mit deinen eigenen Augen Farbe siehst. Und wenn wir zum Beispiel jemanden mit einer gelben Jacke von einer graubraunen Wand sehen, dann sehen wir halt einen Farbkontrast. Diese Farbtöne in Schwarz-Weiß umgewandelt, ist am Ende aber zum Beispiel eine viel kontrastärmere Szene. Sehe ich auf meinem Kameradisplay aber schon nur Schwarz-Weiß, dann kann ich viel eher einschätzen, ob die Kontraste passen und das Ganze eine stimmige Szene ergibt, oder ob das halt eher nicht so gut aussieht. Und kann halt besser entscheiden, ob es sich lohnt, den Auslöser zu drücken. Für mich ist das halt ein viel schnellerer Feedback-Kreislauf, dass ich halt schon beim Fotografieren ständig den Input habe, was gut aussehen könnte, was nicht so gut aussehen könnte. Und nicht erst nach Hause gehen muss und irgendwie auf die Nachbearbeitung warten muss, um zu verstehen, ob sich das jetzt irgendwie in Schwarz-Weiß gelohnt hat oder ob das nicht so gut aussieht. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gefühlt schneller lerne, weshalb es halt einfach für mich mehr Sinn macht, Schwarz-Weiß direkt in der Kamera zu fotografieren. Da sich die zugrunde liegenden Bilddaten aber nicht ändern, dann passiert es mir auch manchmal, dass ich eine Farbfotorunde mache und mir denke so, ach, keine Ahnung, in Farbe sieht das nicht wirklich gut aus, das dann eventuell auf Schwarz-Weiß umstelle und dann feststelle ein. Schwarz-Weiß wirkt das Foto viel anders und besser. Und das Ganze tut dem Foto keinen Abbruch, also ist deshalb jetzt nicht besser oder schlechter geworden. Das Ganze jetzt einfach mal so als mein Input darin, ob man Schwarz-Weiß direkt in der Kamera fotografieren oder erst in der Nachbearbeitung einstellen sollte. Wie gesagt, ich bin der Meinung, unterm Strich macht das nicht wirklich einen großen Unterschied. Und das muss am Ende jeder selber entscheiden, was ihm da eher zusagt. Es gibt jetzt aber nicht den einen Weg, der irgendwie besser oder schlechter wäre. Du kannst mich ja gerne mal wissen lassen, ob du das anders siehst oder ob du auch sagst, ja okay, am Ende ist es eigentlich egal. Wenn du mich auf den Kanal unterstützen möchtest und neue Kameraausrüstung brauchst, würde ich mich freuen, wenn du einen der Links in der Videobeschreibung nutzt. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.